Willst du was wir jetzt machen? Wir warten einfach. Ja, wir warten einfach was jetzt passiert. Weil die laufen irgendwo hin und interessieren sich nicht die Bohne von uns. Deswegen warten wir jetzt einfach mal ab, was da passiert. Okay, der hat hier so nochmal so ein schönes Schwert. Brauchen wir das? Ne, wir haben das Schlafschützengewehr. Da brauchen wir es eher nicht. Guckt euch das an. Die gehen eh jetzt vorne rein. Dann können wir die vielleicht als Waffen benutzen, wenn die zu blöd sind, um uns anzugreifen. So. Okay, ich geh mal hier hoch. Und dann können wir uns mal das Spektakel ordentlich angucken. Das ist eher das größere Problem. Ich fühl mich total beobachtet hier. Alter. Deswegen. Oh toll, jetzt haben die es gemerkt, oder was? Bleib mir von bleib, ey. Da hinten war das. Alter, das ist dieser kleine Wichser, ne? Ja, ihr wisst schon. Der eine. Wo ist der? Alter, da war doch gerade eine Fahne, oder ist der jetzt irgendwo anders hingelaufen? Diese eine Fahne, ey, wie kennt ihr ja diese... Hä, der ist tot? Okay. Okay. Auch okay. Ja, wenn wir jetzt so weiterkommen, ist ja in Ordnung. Kann ich mit leben. Aber es ist echt anstrengend hier. Man sieht nichts. So, ich blitter gerade nach. Okay. Bin ich hier nicht letztes Mal gestorben? Oder waren wir letztes Mal noch nicht so weit? So. Die ist alles tot. Da ist noch einer. Toter. Alter, woher kommt die denn her, die kleinen Sätze? Ich geh mal schnell weiter. Und die Tür soll zu gehen, Alter. Jetzt geh zu, geh zu, geh zu. Oh, fuck, 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 fuck. Alter, jetzt kommen die von der... Ja, schön, dass die mich einkreisen. Das war natürlich sehr nett von denen. Ich geh'n direkt mal raus und versuch'n den mal. Alter, hol dir mal den Arschen, Alter, ey. Das ist so scheiße dunkel hier, ne? Ich seh'n nix. Aber ich möchte auch nicht viel... ...da am... ...Display verändern. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Kleiner Wichser. ...und er soll nicht uns verletzen. Es ist alles, Kreaturen. Du wirst uns nicht verletzen. Du wirst uns nicht verletzen. Während wir die Sonne der Prozessen der Infinitut. Alter, die kommen folgen mir sogar, ey. Verdammte Scheiße. Lass mich einfach in Ruhe. Ich hab schon nur noch zu tun hier. Mann, ey, wo kommt er noch? Na? Alter. Die müssen ja auch so scheiße stark sind, ne? Unfassbar. Du wirst mich doch verarschen, ne dummes Vieh. Oh Gott. Das ist genau die falsche Waffe, die die in die Hände bekommen sollten. So. Ich glaube, jetzt ist die Luft erstmal mehr oder weniger... Ne, da ist noch einer. Ich glaube, jetzt ist die Luft erstmal mehr oder weniger... Komm her, Alter. Was lustig ist, wenn man die Dinger hauen will von hinten, dann passiert nichts. Also es passiert schon was, aber die fühlen sich irgendwie total unbeeindruckt. Das kotzt mich richtig an, ey. Das Schwert ist eigentlich sinnlos. Wenn man nicht der Gebieter ist, dann bringt das eigentlich wenig, wenn man das Schwert hat. Weil... Was sag ich euch jetzt? Man kann sich nicht unsichtbar machen. Ist halt dann einfach blöd, dann ist der Effekt nicht mehr derselbe. Weil die meisten Gegner sehen den Master Chief natürlich. Und... Alter, das ist aber... Total blöd hier. Ich sehe gar nichts. Jetzt wird es ein bisschen besser. Und doch nicht. Über diese blöde... Fluchte Dunst, ja. Alter. Ich würde mich verarschen. Ich sehe die Gegner auch kaum. So, da ist noch einer. Aber ehrlich gesagt, spiele ich gegen die Aliens am liebsten. Weil die sind noch menschlicher. Alle anderen Gegner, die sind so... Teil besteuerte. So. Ich weiß, ich sehe genauso wenig wie hier. Den haben wir getroffen. Ist das noch einer? Ja, den haben ich doch getroffen. Blöde. Mann. Ich werde es auch nicht zu viel riskieren. Da war nicht mal viel Mut. Da hinten war nichts mehr, oder? Da ist aber so ein hässliches Vieh. Ist das unsichtbar? Durch das Vieh mal, ne? Krass, ey. Das Ding ist einfach mal unsichtbar, ne? Da könnte ich schon wieder fast kotzen, ne? Wenn ich sowas sehe. So, machen wir das mal. Na komm. Komm, spring doch. Ich bin froh, wenn diese scheiß Dunstwolke hier vorbei ist. Granaten haben wir genug. Schade. Müssen wir mal mehr Granaten schmeißen, damit wir auch mal wieder was aufsammeln. So. Ah. Wo führt uns der Weg jetzt denn hin? Ich sehe nix. Ich hör immer nur was. Hö? Okay. Aufzug. Da werden wir wahrscheinlich direkt mal abkratzen. So wie ich das Spiel jetzt kennengelernt hab. Weil ähm. Faire Punkte gibts hier nicht. Speicherpunkte von denen ganz zu schweigen. Na, wo sind die Gegner denn? Die uns jetzt überrennen zuhauf. Da ist einer. Aber das ist ja er. Kein Problem, die Gegner. Oh Mann. Na komm schon. Alter. Da war irgendein Staffschutz unterwegs. Das war nicht so geplant. Die müssen wir mal drängen. Oh Mann. Wo ist der Wichser überhaupt? Ich sehe den von ihm nicht. Wo ist der Scharfschutz? So. Die kämpfen immer noch alle ziemlich gegenseitig. Boah. Ich hab ja so schnell die Munition verballert von den Sachen. Oh Mann. Oh Mann. Richtig krass da oben kommen. Boah. Alter. Chillt mal. Chillt mal Leute. Chillt doch mal ey. Okay das müssen wir anders angehen. Ganz ganz anders. Und zwar. Auf die. Ich lauf schnell durch. Mit Masche. Oh Mann ey. Könnt ich mich mal nicht mal in Ruhe lassen? Einmal ey. Komm zeig dein Gesicht. Und du da hinten. Halt. Halt. Hauptsache die schmeißen die Granaten. Wir hörten hier vor die Füße. Es explodiert der Wichser nicht ey. So. Haben wir die Waffen nicht irgendwo hier liegen gefahren? Ich weiß nicht. Oh. Junge. Chillt mal euer Leben. Ihr kleine Missgeburten ey. Scheiße. Boah. Wann kann ich glaub ich denn mal schießen ne. Ein bisschen wickse. Chillt mal. Der einzige Dämon den ihr jetzt seht. Andere euch. Boah ey. Das wird ein bisschen geschossener Stelle. Richtig beschissene Stelle. Ja komm. Wann darf ich denn mal. Ja komm. Jetzt haben die mit Granaten in ihren Kopf gebrochen. Nur weil ich. Ach das ist doch gestört ey. Wann darf ich denn zielen? Oh jetzt. Jetzt darf ich nicht zielen. Guckt euch das mal an. Und wann 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 wann. Oh danke. Doch so früh. Ich ziehe den voll am Kopf ey. Passiert nix. So. Wo ist die eine Waffe? Schönes. Wahrscheinlich durch den Aufzug durchgefallen. Interessante These. Junge, Junge, Junge. Das wird mir. Weniger. Alter jetzt höre ich. Oh man. Das macht einfach kein Spaß ey. Zeig mal. Schön das ich auch. Ohne zu zielen. Irgendwie. Die Gegner treffe. Das ist mal interessant ey. Da. Da. Ich brauche auf jeden Fall mal. Eine andere Waffe. Die DIN nehmen wir hier. Guckt ihr den einfach. Was sind die denn? Ich höre sie hier. Ja ist klar. Studier doch mal ey. Wie soll ich das schaffen? Das ist eigentlich bescheuert. Das ist überhaupt bescheuert. Das habe ich ja schon mal gesagt. Dass das Halo nie wieder auf legendär gespielt wird. Weil es einfach nur sinnlos ist. Wie komme ich denn jetzt dahin ey. Ohne von einem Milliarde Gegnern zerstört zu werden. Auch voll die Munitionsverschwendungen. Das ist ein Dreck ey. Du kleiner Bastard ey. Ach der schießt mich. Aber was hat der für eine komische Waffe. Das ist kein Scharfschutzengewehr. Alter den habe ich voll getroffen ey. Mann ey. Das ist ein Licks. Ah. Freundlichen Grüßen, Alter. Okay. Wo sind sie jetzt? Wo ist die Pistole hin? Der Ratata. Wo ist sie hin? Ich bin nicht mehr Leute. Alter. Könnt ihr mich mal in den Tore lassen? Was soll ich da machen Leute? Ja ey. Komm ey. Gestörtes Spiel ey. Ganz ehrlich. Ich muss irgendwie da durchlaufen. Aber keine Ahnung wie ey. Naja das funktioniert auch nicht. Schade. Aber ohne mich ja nicht. So. Alter. Boah. Danke dass sie mir mal ein Fadenkreuz geben ey. Das ist ja so. Freundlich. Wie nett seid ihr denn bitte. Vielen Dank dafür. Oh ne. Boah ey. Anstatt dass sie sich mal gegenseitig bekämpfen. Krieg ich immer den ganzen Mist ab ey. Zeig dich du kleiner Gützer. Ich versuche mal mit den Granaten die rauszulocken. No chance ey. No. Chance ey. No chance. No. Ah wirklich no chance. Oh man ey. Und dass mir immer eine Waffe da verloren geht, so die ist dann halt einfach so durchsichtbar Geht dann einfach verloren Kleine Pisser Den kriegen wir einfach nicht explodiert damit, ey Das ist ja eine Rätsel Okay Vielleicht jetzt? Wo die selbst miteinander beschäftigt sind Ah fast Leute Scheiße